Ja, also innerhalb der Fraktion hat es sehr gut funktioniert. Man muss sich ja vorstellen, wir sind schon ein bisschen zusammengewürfelt. Das hieß es ja am Anfang der Legislatur immer. Aber wir haben uns gefunden und haben an den Sachthemen sehr fleißig und sehr intensiv gearbeitet. Und ich glaube, die Bilanz insgesamt kann sich sehen lassen.